178, 180, 189 und 190 Eine Vorderdrehung nach rechts Eine Vorderdrehung zur Rückenansicht Eine Vorderdrehung nach rechts Und nochmals eine Vorderdrehung zur Freundansicht Dankeschön Komm Moritz, zeig dich! Der zweite individuelle Vergleich Und es wollte sogar auch noch ein dritter Die 181, 184, 188 und 191 Eine Vorderdrehung nach rechts Eine Vorderdrehung zur Rückenansicht Eine Vorderdrehung zur Seitenansicht Und nochmals eine Vorderdrehung zur Frontansicht Dankeschön Wir machen gleich nochmal weiter mit der Standnummer 177 185, 186 und 187 Eine Vorderdrehung nach rechts Eine Vorderdrehung zur Rückenansicht Eine Vorderdrehung nach rechts Und nochmals eine Vorderdrehung zur Freudeansicht Eine Vorderdrehung nach rechts Und nochmals eine Vorderdrehung zur Freudeansicht Dankeschön Die restlichen Erkleben bitte nach vorne kommen Eine Linie bilden Sechs von euch Seht ihr gleich nochmal im Finale Und nochmals eine Vorderdrehung zur Freudeansicht